Das Licht dieser Kerzen wird nach draußen leuchten. Und für alle sichtbar das Wunder von Chanukka bezeugen. Dass wir diesen Augenblick hier und heute, dass wir ihn gemeinsam feiern können, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, auch mit Demut und vor allen Dingen mit Glück. Ihre Hoffnung, die nahmen die Pursners mit ins heutige Israel. Es wäre niemals möglich geworden ohne den Glauben, die Kraft und die starke Zuversicht der jüdischen Gemeinschaft. Es ist dieselbe Zuversicht, die auch ihre Großmutter, die Rebizin Rachel Posner, damals in Kiel hatte, als sie 1931 den Chanukka-Leuchter der Familie Mutig vor allen Dingen weithin sichtbar ins Fenster stellte und ihn damals fotografierte. Wir haben ein Bild in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem ausgestellt. Und zu Beginn dieses Jahres, es ehrt unser Land, dass Sie als Nachfahren von Holocaust-Überlebenden die Mühe und wie ich weiß auch den Schmerz auf sich genommen haben, zum ersten Mal nach der Shoah nach Deutschland zu kommen. Für solche Offenheit, für solche Gesten können wir gar nicht genug dankbar sein. Dass Sie Ihre Chanukka hierher gebracht haben, dass Sie uns auf diese Weise einladen, gemeinsam mit Ihnen das Fest der Wunder zu feiern, erfüllt mich, meine Frau und alle hier in diesem Raum mit großer Freude. Freundeskreises Yad Vashem schon einmal nach Deutschland. Beauty und an den Schmerz Untertitelung des ZDF, 2020